Werte Kunden, heute präsentieren wir Ihnen den Weidemann F60 Stufe 5. Der Lader erfüllt die Abgasstufe 5 und benötigt dafür kein Eplu, keinen DOC und auch keinen Dieselpartikelfilter. Somit ist ein passives und aktives Freibrennen nicht notwendig und ist die Maschine auch bestens geeignet für kurze Einsätze. Das in Österreich produzierte Fahrerschutzdach von Lugstein ist ROPS-FOPS geprüft und serienmäßig mit einem Rückhaltesystem ausgestattet. Der geräumige Fahrerstand bietet Komfort und Funktionalität. Verfügbar ist auch eine geschlossene Kabine mit beidseitigem Einstieg, dessen geöffnete Türen nicht über das Heck überstehen. Für niedrige Durchfahrten steht auch das von Mitarbeitern der Firma Mauch mitentwickelte Klappdach-EPS zur Verfügung, wie auch das EPS Plus, welches sich hydraulisch abklappen lässt. Weidemann typisch sind alle Fahrerstände kippbar und bieten somit einen perfekten Zugang zu den verbauten Markenkomponenten. Die massiv konstruierte Ladeschwinge in Kombination mit zwei Hubzylindern bietet Weidemann typisch beste Hub- und Reißkraftwerte. Hub- und Kippzylinder verfügen ebenso seriemäßig über eine Schwimmstellungsfunktion. Auch bei diesem Modell steht das Schnellwechselsystem ECS zur Verfügung, welches gleichzeitig beim Verriegeln des Arbeitswerkzeugs den dritten Steuerkreis mitkuppelt, ohne absteigen zu müssen. Variabel lässt sich auch die Außenbreite der Maschine gestalten, von unter einem Meter bis zu einem Meter 65. Natürlich steht mit dem F60E auch eine vollelektrisch angetriebene Variante zur Verfügung. Somit handelt es sich um einen sehr wendigen, stand-sicheren Radlader, der individuell auf den Kundenbedarf abgestimmt werden kann, durch ein umfangreiches Ausstattungsangebot, welches durch eine riesige Auswahl an Anbaugeräten abgerundet wird. Gerne könnt ihr mit uns einen Termin vereinbaren und die neue Maschine in unserem Demo-Gelände Probe fahren. Ihr Team der Firma Mauch Ihr Team der Firma Mauch